Musik Ja, jetzt sind wir bei einer sogenannten Sondervorführung. Sondervorführung bedeutet, es handelt sich um ein sogenanntes zulassungsfristiges Modell. Ja, also da muss ich sagen, das trummelt so ein bisschen in der Magenkrieg, fast schon. Wir haben hier mit Sicherheit eines der größten Jet-Modellflugzeuge am Start im Maßstab 1 zu 2. Josef, kannst du das einfach so bauen und fliegen? Nein, also da musst du viele Hürden nehmen. Da ist eine offizielle Bauprüfung durch die Luftfahrtsbehörde notwendig, Belastungstest. Da wird der Bau überwacht, da wird natürlich auch entsprechend Anforderungen an die Fernsteuerung gestellt. Und jetzt schauen wir mal, das ist schaumhaftes Niveau von der Geschwindigkeit her. Das ist natürlich bedingt durch die immense Größe, wird hier natürlich ganz andere Aufliegen erzeugt als bei den kleineren Modellen. Es ist just amazing how rather slow this aircraft is maneuvering. Und das ist scale 1x2, of course it's with an Aviation Certificate, so the Certificate is for the pilot and also for the model. So there are a lot of steps while building, testing the aircraft, test flying the aircraft before we get the Certificate. Robert, es ist auch Robert Sturz, kommt der hier. Ja, das ist natürlich sehr, sehr schade jetzt. Ich denke, wir werden, Achim, wir werden kurz unterbrechen. Dann bitten wir die Teilnehmer im Vorbereitungsbereich, dass wir kurz hier die Vorbereitungen unterbrechen. Und müssen die Bergung jetzt durchführen von dem Modell. Ja, sorry for this mishap, the emergency team is on the way.